. Wie einfach das es geht. Merk Donald mit der Möglichkeit! Und er geht rein! Und er geht rein! Quasi die Handschuh nach Pokal und dann… Leiträngel, da ist die Möglichkeit! Perfect Tor! Spiel fünf! DJ Mjulak macht das 6-5. Ausbild aber wieder! Rister Puck im Tor! Es ist kein Spiel, es ist alles. Du kriegst nicht viel geschenkt in den Play-offs. Ein Wettbewerb. Ein Wettbewerb. Und die Scheibe ist drin. 3 zu 4. Tor mit dem Schuss. Tor mit dem Schläger. Wegen Suchspielen spiele ich Eishockey. Nochmal Schuss und Tor. Ausgleich. Eine Sekunde vor Ende der Partie. Ja, gibt's das. Ja, ist das nicht der Wahnsinn. Wenn du hier nicht einen Fan bekommst, dann bekommst du einen Fan hier für das Leben. Das Ding ist voll und die anderen geben nach Vollgas. Es gibt halt auch den extra Push, den du wows. Das ist das Ding. Wir sehen uns beim nächsten Mal.